Angebot angenommen, haben wir eine, nicht Trophäe, sondern Errungenschaft, oder wie das hier heißt, bekommen. Okay, ähm. Dann war eine Eule, ein Grashüpfer und eine Ratsche. A, 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 A. Sieht so aus, als ob da jemand ein Arcade-Spiel irgendwie gespielt hat. Der Name dieser, dieses Turms wird den Weg weisen. Hm. Was ist das? Das sieht aus wie eine Karte hier irgendwie. Eine Schublade mit einem Zahnrad. Ein hölzernes Zahnrad. Nee, das lassen wir mal offen. Bei mir war auch ein Netzwerkfehler. Bei mir nicht. Kann man das da drauf stecken oder da dran? Ja, da drauf. Kann man das drehen? Das sieht ein bisschen aus wie bei Game of Thrones. Das Intro. Was ist das Blaue? Soll das da sein? Ich glaube nicht, dass das Blaue da sein soll, oder? Oder ist das Wasser? Was soll das so sein? Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Diese Tür ist irgendwie eigenartig. Ich will nicht, dass das hier passiert. Bäh. Ich glaube, das soll nicht so sein, ne? Ja. Ich gehe mal gerade raus. Und wieder rein. Ja, das Blaue. Kein Plan. Das ist jetzt auf jeden Fall weg. Ich glaube, das war irgendwie ein Fehler, oder so. Das war ein bisschen gruselig. So. Ja, bei denen so spielen, da weiß man nie so genau. Nein! Ich will da nochmal rein. Da fehlt, glaube ich, hier oben ein... Oh, guck mal, da kann man dran ziehen. Oh, das ist dick. Ich dachte, hier oben würde was feh... ...was fehlen. Ähm. Okay. Ein Magnet. War das hier alles in dem Raum? Ich glaube schon. Okay. Okay, wir haben ein Magnet gefunden. Was ist das? Das kommt auf jeden Fall nicht da rein. Hier ist nochmal sowas. Hier ist so ein kleines Häuschen. Hm. Oh, eine Tür. Kommen wir aber nicht rein. So, dann haben wir hier noch... Das sieht so aus, ob hier... ...was hinkommt. Aber da kommt eher eine Uhr hin. Also Zeiger und sowas. Hm. So, noch eine alte Versplatte wegsichern. Dann kann ich das System wieder schließen. Dann hat die auch nur sechs Stunden oder so gedauert. Ja. Ah, was ist das? Ich möchte den Magnet benutzen. Wenn ich etwas in der Fassung platzieren könnte, würde sich das bestimmt drehen. Kannst du doch einfach deine zwei Fingerchen da rein platzieren. Dann kann sich das bestimmt auch drehen. Hm. Oder warum mir das hier hinten... Entschuldige, ich bin gerade gegen das Mikrofon gekommen. Der Name dieses Turms wird den Weg weisen. Wie heißt der denn? Wie hat der irgendwas gesagt, wie der heißt? Hat der irgendwas gesagt, wie der heißt? Es leckt. Warum leckt es? Leckt das schon die ganze Zeit so? Was Herr, wenn ich ganz ehrlich bin. Was? Was? Nein. Ich hab mich zur Zeit. Ich hab mich zu? Ich hab mich zu... ... ... ... ... Hallo? Jetzt hängt es komplett, oder was? Jaja. Das ist doch blöd. So. Einen Moment. Ist das irgendwie ein Event oder sowas auf Twitch? Also, okay, Gronkh streamt mit 21.000 Zuschauern, Entschuldigung. Ist jetzt besser? Also, ich sehe bei mir im Vorschaubild, dass ich nicht mehr ruckel. Das komische war halt, dass das eben bei mir am Vorschaubild auch geruckelt hat. Warum auch immer. Jetzt sehe ich dich wieder. Fextra live. Was ist denn Fextra live? Charity stream, okay. Läuft das denn jetzt flüssig? Ja, ne? Also wiederflüssig, sagen wir mal so. Glaube ja. Dann gehen wir einfach nochmal ins Spiel rein und gucken mal, ob das jetzt wieder so am rumlängen ist. Nicht, dass das... Das hängt am Sp... Warum... Warum... Sobald ich ins Spiel gehe, fängt er an rumzuleggen. Warum denn? Ist ja hier irgendwas... Das ist ja noch nicht mal, dass das bei mir lag, sondern das ist halt, dass OBS lag. Bei dir lagts immer noch. Also bei mir ist jetzt momentan auf dem Vorschaubild ist vernünftig. Also da ist kein Problem, aber ich sehe hier auch... Bei Twitch selbst, dass ich da auch Standbild habe. Jetzt habe ich Werbung von Prime. Mein PC-Internet ist jetzt tot. What the fuck ist los? Mein Handy hat vibriert. Dann ist es anscheinend auf dem Weg nach Hause. Und der will irgendwas von McDonalds oder Burger King mitbringen. Mach mal. Ne, OBS ist so, als ob... Nix wäre. Also ob es alles super ist. Ne, ich habe zwei Screens. Also OBS an sich läuft OBS auch als ob nichts wäre Ich guck mal Ich guck mal Ich geh nochmal rein ins Spiel und guck dann mal unten auf die Sekunden, ob die sich bewegen Ich hab nämlich eben gerade nur auf die auf den Upload geguckt Ob der grün ist oder so Also es läuft alles Jetzt ist er rot Wenn du nochmal ingame gehst und dann OBS OBS ist als ob nichts wäre Als ob es ganz normal laufen würde Nur dass es halt laggt Ich versuch das mal im Fenstermodus zu spielen Ähm Ähm Äh Was ist denn da von Ne Das will ich nicht Ich muss doch irgendwas Irgendeine vernünftige Das sieht doch gut aus So Dann Äh Muss ich das hier noch gerade ziehen Das passt ja gar nicht Das passt aber So Vielleicht Hängt's am Vollbild Werden wir jetzt sehen Sieht gut aus Läuft das bei euch? Also bei mir Bei mir im OBS Ruckelt's jedenfalls Jetzt nicht mehr Ist doch voll der Delay Richtig hart Ja das war gerade Ähm Als ich Aus dem Im Also als ich Nicht Als ich aus dem eigentlichen Spiel Raus ins Menü gegangen bin Da ist es abgeschmiert Ansonsten war es die ganze Zeit grün CPU ist bei 15% Also Daran kannst Ich weiß nicht Irgendwie kam es nicht mit dem Vollbild klar Aber das hier sieht jetzt aus Als ob es So vernünftig laufen würde Definitiv besser Bis zum nächsten Mal